So, liebe Kinder, hier kommt der Heidenquiz, der Josef Heidenquiz Teil 1. Frage 1. Wann ist, in welchem Jahr ist Josef Heiden geboren und wo in welchem Land? Frage 1. Frage 2. Welchen Beruf hatte sein Vater? Frage 3. Wie viele Sinfonien hat Josef Heiden komponiert? 2, 3, vielleicht 50 oder sogar über 100, kann das sein? Und wenn ihr euch einige dieser Sinfonien anhört, was denkt ihr, was für ein Typ war Josef Heiden? Eher so der melancholische, schwermütige oder vielleicht auch der humorvolle Typ?